Im Frühjahr 2020 wurde ich eingeladen, in den Atelierräumen des Künstlers K. Heinz Knödler zu arbeiten und mich mit dessen Werk auseinanderzusetzen. Knödlers Atelierwohnung befindet sich in einem Schloss am Rande der Stadt Ellwangen. Der Künstler selbst ist vor 20 Jahren verstorben und seither verweilen seine Räume unverändert. Mein Name ist Eva Gentner und ich bin Künstlerin. Es ist Ostern und die Corona-Pandemie bringt derzeit das öffentliche und kulturelle Leben der Menschen auf der ganzen Welt durcheinander. Am ersten Tag nach meiner Ankunft in Ellwangen erklimme ich den Schlossberg und ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Ich kenne das Schloss. Ich selbst bin in Ellwangen aufgewachsen, Karl-Heinz Knödler habe ich jedoch nie persönlich kennengelernt. Bisher weiß ich nicht viel über ihn. Er war sehr tierlieb und wir haben dieselbe Lieblingskneipe. Der gerahmte Linoldruck unter meinem Arm ist von ihm. Den hat er meiner Mutter zu meiner Geburt geschenkt und so hing er jahrelang in meinem Kinderzimmer. Der gerahmte Linolk Vielen Dank.